Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 2018. Wir sind in Italien im Autodromo di Manza. Schnelle Rennstrecke, super schneller Kontakt mit anderen Autos möglich, definitiv und auch mega wenig Abtrieb, das heißt die Autos müssen sehr schnell sein. Ich habe mir erlaubt, mein Setup tatsächlich etwas mehr Abtrieb zu verschaffen, deswegen bin ich vielleicht auf der Gerade nicht ganz so schnell wie andere Leute oder andere Autos, deswegen werde ich da wahrscheinlich ein leichtes Ziel werden auf Dauer, habe aber eben den Vorteil, dass ich schneller dann im Infield rumkomme, da wo da viele Kurvenstrecken teil ist und so weiter und habe dann dadurch wiederum die Hoffnung, dass ich mich dann auch entsprechend wieder zurück überholen kann. Das ist mein Plan. Mein anderes Thema war gewesen, was Setup bauen, dass ich es relativ stabil baue. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, keine Ahnung. Wie gesagt, im Steam Workshop ist es vorhanden. Wenn ihr Bock drauf habt, ladet es euch runter, schaut es, testet es, wie auch immer. Das ist zumindest der Plan gewesen mit diesem Setup. Ob es funktioniert, wir werden es im Rennen sehen. Also im schnellen Parts, also in den schnellen Parts mit wenig Sprit funktioniert es. Wie gesagt, was jetzt die Geschichte betrifft mit vollgetankt, ich habe es wie immer nicht getestet, keine Ahnung. Gut, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe hier Nachrichten, sehe ich gerade, die sollte ich mir vielleicht nochmal anschauen. Da sind wir bei Emma, alles Wichtige, bla bla bla, vor Max, bläh. So, Rennen, Qualifying ist auf jeden Fall sonnig, Rennen ist bewölkt. Alter, ohne Witz, ich hatte diese drei Trainingsanheiten, die ich hier vorher hatte, habe ich immer so zwei Minuten Sonne gehabt oder so, ich sage mal so zwei Runden Sonne gehabt und danach kam Regen. Also ich konnte nicht so wirklich richtig trainieren. Also das war so ein bisschen assig. Das musste ich echt sagen. So, Curbs und Schikanen, muss ich sagen, sind hier auch sehr hoch. Das merkst du auch, das Auto springt. Deswegen möglichst die Curbs nicht mitnehmen. Es gibt aber so ein, zwei Kurven, wo man die Curbs mitnehmen muss und auch kann. Also es gibt da so ein, zwei Tricks, womit man da arbeiten kann. Das ist sehr cool, das werden wir gleich sehen. Deswegen, wir gehen ins Qualifying, wünschen mir Glück. Ich hoffe, dass wir da recht gut vorankommen. Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. Na, für mich hoffentlich nicht. Also ich hoffe, ich habe es tatsächlich auf den Punkt gebracht. Das ist meine Hoffnung. So, wir gehen einmal nach Session-Info. Ich muss noch mal ganz kurz, wo wir gerade bei Setup sind. Autoeinstellungen, das ganze Thema einfach nochmal speichern. Italiano. Bevor ich das mache, weil ich habe tatsächlich noch im letzten freien Training noch was verändert, was ich noch nicht habe. Beziehungsweise noch nicht gespeichert habe. Und das werde ich jetzt auch nochmal veröffentlichen in mein Setup, dass ich die letzte Erinnerung auch mit drin habe. Für mich auf Dauer gesehen vielleicht gar nicht so ganz uncool. So, please hold the line. Okay. 15 Minuten warten auf Steam. Dumm, 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 dumm. Oh. Läuft. Sehr schön. Entschuldigung. 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 Derzeit ist es noch versteckt, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, weil da habe ich es noch nicht veröffentlicht und ist aber kein Thema. So, Änderungen haben wir jetzt gespeichert. Das ist sehr cool. Dann können wir ja theoretisch gesehen. Sprit. Sieben Kilo. Wir machen mal, weil wir einen sehr hohen Vollgasanteil haben, ein bisschen mehr Sprit mit drauf. Solltet ihr vielleicht auch machen. Die Strecke ist derzeit frei. Wir können loslegen. Ja, ist ja gut. Solltet ihr vielleicht auch machen, denn auf Dauer gesehen ist es, ähm, alles bereit. Ja, besser sozusagen. Also das heißt, ihr könnt mehr Vollgas fahren. Ihr könnt, müsst nicht auf den Sprit so achten. Deswegen. Und wie gesagt, lange Geraden geben immer sehr hohen, sehr hohe Endgeschwindigkeiten und dadurch auch einen sehr hohen Vollgasanteil der ganzen Strecke. Und dementsprechend haben wir halt das große Problem des überhöhten Spritverbrauchs gegenüber normalen. So, jetzt können wir rauseiern. So, Moinza! Traditionsrennstrecke. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen schniefe, aber ich habe irgendwie seit zwei Tagen wieder so ein bisschen Nasenlaufen. Ich weiß nicht warum. Seitdem die Minustemperaturen anfangen bei uns, ist ganz widerlich. Also dieses zweite Halbjahr, den Schnupfen, werde ich nicht so wirklich los, muss man ja mal so sagen. So, jetzt habe ich vergessen, wieder den Motor auszutauschen. Ja, scheiße. Verbrennungsmotor. Okay, das heißt, ich muss mal gucken, ob ich den vielleicht tauschen kann, ohne eine Strafe zu kriegen. Wenn wir eine Strafe haben, okay, dann ist das halt so. Bei 75 Prozent Verbrennungsmotor ist schon scheiße, ne? Ist ja echt scheiße, muss ich ja wirklich sagen. Oh, oh. Ist mir jetzt gerade mal so eingefallen, dass hätte ich vielleicht ja schon vom letzten Grand Prix über, von Spar über mit hier herbringen sollen. Oh, oh. Ich wollte den da schon in Spar tauschen. Scheibenkleister. Oh, nö. Okay, egal. Komm. Wir machen Feuer. Wir sehen zu, dass wir eine einigermaßen brauchbare Quali hinkriegen noch. Und dann, in der Hoffnung, dass... Also hier musst du echt im Flow kommen, auf dieser Strecke. Entweder du hast einen Flow im Kopf, oder du hast ihn nicht. Also, da hilft dir auch dein Popometer nicht. Du musst echt im Flow sein. So, jetzt hoher Völkersanteil. 340 habe ich, glaube ich, drauf. Mehr sogar noch. 45. Bremspunkt treffen, Lenkpunkt treffen. Das ist immer sehr wichtig hier. Und dann nicht zu früh aufs Gas gehen beim Kurvenausgang, sonst kommt das Heck. Dann geht der Arsch vor deiner Nase. Das ist so. So, hier haben wir eine Kurve im vierten. Hier kannst du die so leicht räubern. Ah, okay. Die rechte Kurve war es gewesen. Der Rechtsknick. Wollen wir fahren, damit wir erstmal eine Zeit haben? Nein, können wir knicken. Abgebrochen. Das heißt, hier können wir jetzt nochmal ERS sparen und ein bisschen Sprit. Dann fahren wir nochmal erneut. Weil das war in der Schikane schon vorbei. Also, da kannst du knicken. Ein Meter, du hast sie drauf, die Schikane. Oh, oh. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ja, gut. Ich wollte eigentlich Platz machen, dass der auf der Ideallinie fährt. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich wollte, du siehst, oder siehst im Spiel, dass der Pfeil rot wird. Ich wollte eigentlich Platz machen. Hä? Hallo? Auto? Äh, äh, äh. So, ich wollte eigentlich Platz machen, weil der Typ im Hintergrund, ach schade, ich dachte, man könnte auch nach hinten gucken. Da. Weil da im Hintergrund einer kommt. Ne? So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, ich wollte Platz machen, wollte rüberfahren, damit er auf der Ideallinie fahren kann. dass der natürlich jetzt da links lang fährt. Oh, man sieht es nicht. Dass der natürlich jetzt da links lang fährt, das konnte natürlich keiner ahnen. Weil normalerweise ist die Ideallinie auf der rechten Seite. So, jetzt nochmal. Das heißt, der kommt angefahren und nimmt mir erst links das Auto weg, drückt mich rechts in die Bande und somit Auto im Arsch. Qualifying für mich beendet. Thema durch. Muss man ehrgeizklar sagen. Scheiße, ey. Mann, das ärgert so ein bisschen. Ohne Witz, das ärgert wirklich so ein bisschen. Kann man nicht noch so hin und her fahren? Gibt es hier nicht so ein, Modus? Ich würde gerne noch ein Stück weiter. Gibt es hier nicht noch einen Modus, wo man andere Fotos machen kann? Nee, ne? Schade. Foto Option. Tab. Ah. 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 Guck mal. Dann kannst du nämlich jetzt auch noch sagen, Inventiert normal hoch und runter. Man kann doch auch irgendwie, ach so, ah, guck. Guck, 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 guck. Ach nee, kannst du nur hoch und runter, aber kannst du nicht auch hin und her, aber kannst du nicht auch dich drehen? Man kann sich da auch drehen. Ich nutze das viel zu selten hier, dieses Tool. Das ist eigentlich voll geil. Man kann doch auch drehen. Wie geht das? Ah, guck, 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 guck. Guck mal, dann haben wir doch schon einen schönen Screenshot. Machen wir wenigstens das, ne? Aber geht das auch zurück? Hallo? Ah, guck. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens gleich noch live einen Screenshot. Das ist schon mal sehr geil. F2-Foto-Option und Schuss. Bilder werden im Ordner MyGamesF1 sowieso gespeichert. Sehr schön. Sehr cool. Errungenschaft freigeschalten. Ich habe sogar, ich habe noch nicht ein Foto gemacht. Das ist traurig, ne? Noch nicht ein Foto gemacht. Beenden, bestätigen, okay. So, das heißt, wir können jetzt sagen, wir gehen die Session raus, beenden das. Hat natürlich aber auch den Vorteil, dass wir von ganz hinten starten, wir können den Motor tauschen. Weil selbst wenn wir jetzt eine Strafe kriegen, das ist das Gute dabei. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, Räikkönen und Lewis Hamilton. Für heute war es das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Oh, und ich wäre tatsächlich am Vettel reingekommen, muss man ja ganz klar sagen. Ne, Vorteil ist natürlich, ich kann den Motor tauschen. Dadurch, dass ich den Motor tauschen kann, kriege ich zwar eventuell eine Strafe, ich rechne jetzt damit, aber ich, wo soll ich noch hin? Also noch fünf Plätze nach hinten gesetzt werden oder so, geht ja nicht. Also von daher, passt schon. Das ist zumindest mein Plan, mein Ziel. Ich hoffe, dass es funktioniert. Emma, ne, keine Presse. Okay, alles klar. Dann, ja, alles verkackt hier, ne? Hülkenberg, oh, Verstappen, neue Runde, neues Glück, warte, jetzt liegt er im Punkt, oh, zwei Punkte und Führung. Kriegen wir alles hin. Das noch ist, hoffentlich, meinst nicht verloren. Red Bull natürlich gleich erstmal, ne, Audio kaputt gemacht, ne, Scheiße. Okay, alles klar. Ein Glück, dass du nicht verletzt bist, aber das sind eine Menge Schäden, die wir bis zur nächsten Session beheben müssen. Oh ja. Bringst du das Auto nächste Mal bitte in einem Stück wieder? Nein, das machen wir nicht. Okay, Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Am Mittwoch ist das Rennen. Es wird spannend, es wird interessant. Ich habe jetzt also tatsächlich, weiß ich, wie viele Runden hat das Rennen? 30 Runden oder so, habe ich jetzt Zeit, mich nach vorne zu kämpfen und möglichst viele Punkte einzuheimsen. Ist gar nicht so einfach auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ich lasse mich überraschen und rechne mit viel, 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 viel DRS. Danke. Bis dahin. Ciao. Ciao.